Hallo zusammen, ich bin hier in Spreitwach. Und zwar haben wir hier drei Container vermietet. Ich höre es gerade, es sind nicht drei, es sind genannt fünf Stück. Die stehen hier, also drei hier und drei auf der anderen Seite. Das sind unsere Mietkühlcontainer. Zum Mieten dieser Container läuft nicht, oder er bringt die Temperatur nicht hin. Dieser Mietkühlcontainer hier, der ist voll mit Ware, hat die Temperatur nicht. Und dieser Lüfter hier, der läuft nicht. Punkt. Der ist einfach defekt und blockiert. Ich warte jetzt auf einen neuen, dann wird er ausgewechselt. Für das haben wir Pikettdienst. Ja, hier aus dem Ikea oder aus dem Kühlraum von Ikea. Ja, die stehen hier ganz gemütlich. Ja, das ist hier vom Barrenhaus oder Möbelhaus. Ich wünsche euch einen schönen Tag.